Einst lebte im Herzen des Kongo eine Familie der Großaffen, die man sonst nirgendwo findet. Die Bonobos. Intelligenter, verspielter und faszinierender als andere Affen und vom Aussterben bedroht. Machen Sie Bekanntschaft mit Beni, dem kleinen Bonobo, der von Menschen entführt wurde und von einer Frau gerettet wird. Claudine André widmet ihr Leben der Verteidigung der Bonobos. Sie hat ein in der Welt einzigartiges Reservat gegründet, um die Art zu erhalten. Dank ihr findet Beni neue Freunde, um sich wieder in die Gesellschaft der Bonobos einzugliedern. Ihn erwartet eine große Herausforderung. Wird Beni in der Lage sein, sich wieder in den äquatorialen Urwald einzufügen und den Gefahren des Dschungels zu trotzen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017